Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Da ich so ultra kreativ bin, machen wir heute nochmal eine Trailer-to-Nerf-Challenge, weil die so super bei euch angekommen ist. Boah, was geht bei dem Kind? So, bis dahin haben wir, glaube ich, mit Naughty geguckt und jetzt gucken... Ein bisschen weiter noch. Ja? Nee, das war das Letzte, was wir geguckt haben, das weiß ich noch, ja. So, und jetzt gucken wir weiter. Baa. 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 Baa, ist das Erdloß? Baa. Ist das Erdloß? Wird du like M? Wof? Hey guys. Yiyiyiy. Ouhh. Wat a man. Spanisch Word of the Day. Ice smoker. LAST NIGHT ICE SMOKE A LOT OF WEE. SMOKE WEED EVERYDAY. Aaaaaaaa. Baa, Junge. Zombie, sehr es geht. Hääääääää. Hahaha. Ja. Oh I got it all! He needs some milk! Really rich. I'm really smart. I think I am a nice person. Bing, bing, bong, bong. I think I'm gonna puke. Naw man, you can't puke, because if you puke, I'm gonna end up... I am Obi-Wan Kenobi, and I'm here... Don't mind the floors. And his name is John Stamos! Ich kenn den Typ nicht. Es gibt so, es gibt so dumme Leute, ne? Oh, I'm... I've been waiting for this moment. Looking for a TV? How about this one? It's a little big. Well, big is good. I will find you. And I will kill you. I will kill you. Ah! Tonight we would like to honor the people, who have... ... O-lter! Oh! Continue! Fail! es ist hier zu vielen leuten wieso macht man einen anstand vor dem Weihnachtsbaum also geht denn direkt die Tafel kaputt Junge Och nein Dumme Menschen gibt es überall auch hier Brauch man nicht abspringen Neu Geil Oh das kenne ich und springt die hinterher Oh die Beine Nein Bol Oh oh nein 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 Ohohohoho. Alter. Gut gemacht. Gute. Das ändert nicht gut. Ohohoho. Alter. Hör die Wurzeln. Das kenn ich. Boah, veröffentlicht. Nein, das reißt. Sportlich. Nee, der reißt halt voll mit. Oh nein. Oh. Oh, das kenn ich. Oh. Warum stellt man sich auch so nah vor dem, Alter? Was ist los? Nein. Junge, Junge, Junge. Oh. Oh. Oh, die gehen aber ab. Vadin. Komm mal. Komm mal. Ist nur so eine sitzt vor dem Bus. Nö. Och Junge, was willst du noch umschweißen? Der macht ja alles rum. Das kenne ich, das ist cool. Boah, der Hund. Och. Nein. Boah, das will ich nochmal sehen. Der Hund. Oh, wie geil. Richtig dankbar. Bam, Junge. Der Hund, der Hund. Loll. Boah, das wird richtig weh. Oh, das kenne ich. Am letzten Spiel bleibt der hängen. Aber voll krass, wie weit der springt. Oh nein, der bricht. Ja, ich kenne er. Bam. Die Flieger sind so geil, so als hat mein Bruder auch. Und ich mal auf deine Haare gucken. Das ist so geil. Say something I'm giving up on you. Immer los. Oh. Bitsa. Ja. Du willst ja schnell heim. Ja, schade. immer diese geräusche wenn leute auf den boden klatschen hier ist auch so gerne im pool was genau passiert eigentlich zerdrückt der das diese geräusche alte das könnte ich nie da war glaube ich eigentlich hast es gehört das habe ich gehört jetzt habe ich gehört heute das soll dieses knacken die nase kann es nur vergessen das wäre so ich weißt du das wäre ich das ist ja voll geil ich habe das wäre ich ja gut freunde ich würde sagen wenn es euch gefallen hat das ist natürlich ein dauer nach oben da gibt einfach mal auf youtube ein dummer junge machte und videos findet ihr mich in den spaß ich habe das nur eingegeben weil ich so cool bin was findet man da drunter alles klar ja es wird mich auf jeden fall sehr freuen wenn ihr einen daumen darum geben würdet dann würde ich sagen wir sind im nächsten video haut rein und